So, hallo, hier ist Ralf Tschinke von AmbiDelux Moments for Living und ich wollte euch heute mal ein bisschen hinter die Kulissen führen. Wir machen nämlich hier ein Produkt-Redesign für die AmbiClean-Entkalkungstabletten. Das ist die alte Dose, wie ihr sie wahrscheinlich kennt. Dann haben wir mal einfach ein bisschen rumgespielt, wie das Ganze noch aussehen könnte. Und dann haben wir uns für einen etwas anderen Entwurf entschieden, der so ein bisschen ähnlich aussieht. Ja, oder zumindest an die alte Dose noch ein bisschen erinnert durch das Gelb. Also hier mal der Unterschied nochmal. So, genau. Und dann ist das jetzt die fertige Version. Noch ein bisschen glänzender, hochglanzender, aber noch mal nur ein Ausdruck. Ja, das ist es, wie ihr demnächst die neue Dose vorfinden werdet. Und ich hoffe, dass der kleine Ausblick oder der kleine Blick hinter die Kulissen bei AmbiDelux hat euch hier gefallen. Schreibt einfach mal was in die Kommentare oder schreibt uns direkt mail at amblyx.de. Ich würde mich freuen, wenn ich da einfach ein Feedback von euch zu bekomme, ob euch das neue Design gefällt. Und ja, ansonsten bleibt natürlich alles beim alten. Rezeptur bleibt genauso oder beziehungsweise wird immer weiter verbessert von uns. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ralf Tschinke von AmbiDelux Moments for Living. AmbiDelux Moments for Living.